Ich bin seit genau 33 Jahren Nazi-Jägerin, also da sehe ich mich langsam, also Nazi-Propaganda-Jägerin. Hier ist wieder einer. Da ist einer. Oh, nee. Musik 85.926 Musik Der Staat, der mich ja ausgezeichnet hat für das gleiche Tun, also die Justiz des Staates meint, dass ich Nazi-Sachbeschädigung nicht beschädigen darf. Und jetzt möchte ich mal ganz laut und deutlich sagen, das alles, was bei mir kaputt geht, kann man doch wieder reparieren. Die verletzte Menschenwürde nicht. Und ich habe aus der ganzen Welt so viel Solidarität erfahren. Ich kriege laufende Mails von wildkranken Leuten, also aus der ganzen Republik auch und auch aus Europa, die sagen, machen Sie weiter, es ist toll, was Sie tun. Mal sehen, also es wäre ja wirklich ein Gag, wenn ich als 100-Jährige immer noch am Mock-Krappchen bin.